Als wir also im Hotel gehalten haben, da gab es den Change. Habt ihr nicht mitgekriegt? Hast du die Zeitmaschine von Volkswagen genommen? Genau. Ich hab drinnen im Hotel einfach am Knopf gedrückt. Oder bin ich jetzt im Wechsel? Im Begleitung? Ja! Wie geht das? Ich fahr das. Ich fahr das. Untertitelung des ZDF, 2020 Ramon, hi, this is Tania, I wrote an email to you, no problem, we are already here but only today, what we want to do now is we want to go to the General Motors factory to meet people there and I was, we were wondering how to get in, if it's possible, I mean, it would be nice to go in the cantina and maybe talk to some workers there, see, and how do I get the permission? I have here two Lolitas who ask for the Mr. Scudero. Has he called us Lolita? Yes. Yes. Hello. Hello. You are from the GM? No. No. The Opel factory in Bochum is gonna close, you know that. No. You don't. So it's very important because that's why they do the project, the General Motors in Bochum is dead. This year is gonna be finished. A little bit. A little bit. A little bit. A big one, big, 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 big plant. Big plant, eh. It's closed. Yes, they're closing at the end of this year. So a lot of workers will lose their work. Vale. Entonces van a cerrar la planta y todos los trabajadores se van a ir a la calle. And what are you doing here? We want to deliver a message from here to there. How many people work here? Ten thousand more or less. Ten thousand. What's going on? What's going on? What's going on? Paco? I'm calling Juan Carlos, I'm going to say I'm going to call his phone and he says he'll to email me. Ok, I have to tell you that and I'll just ask you all here. A moment. We have to wait. Ok. We'll wait a little more for the back. We don't want to be scared. Wir haben hier auch viele Probleme. Wir arbeiten jetzt mit 250.000 Autos pro Jahr. Wir arbeiten mit 500.000 Autos pro Jahr. Wir sind in der Mitte der Position. Wir haben die letzte Woche geschlossen. Die nächste Woche ist geschlossen. Hier. Hier. Regulierung im Job. Wir arbeiten jetzt nicht mehr. Autos pro Jahr. Wir sind hier. Vielleicht können Sie eine Före von uns nehmen? Nein. Nein. Vielleicht können Sie eine Före von uns nehmen. Nein. Wir sind hier. Nein. 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 ?! Erstmal. Vielen Dank. Pass man zur ÖPEL in Bochum? Nein. Nein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was würdest du machen? Würdest du protestieren? Was würdest du die Leute machen? Würdest du protestieren? Würdest du etwas machen? Würdest du das machen? Was würdest du machen? Wenn sie dich sagten, dass die Faktoren immer wieder kaputt wird? Was würdest du machen? Feuer! Was bedeutet das? Feuer! 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 κ Vielen Dank.